Peter Kolmsee ist ein deutscher Militärhistoriker. Leben, er besuchte die Schule in Skölen und das Realgymnasium in Merseburg. Anschließend war er zwei Jahre an der Handelsschule in Katowice, Oberschlesien. 1944-45. diente er als Soldat im Heer der Wehrmacht. Als Gefreiter kämpfte er im Jägerersatzbataillon 38 und im Infanterieregiment 311 in der 217. Infanteriedivision Er geriet in sowjetische Kriegsgefangenschaft und kam nach Karychendi in Kasachstan. Nachdem er im Freien fast verhungert war, arbeitete er vier Jahre in einem Bergwerk. Nach weiteren sechs Monaten in Neshninovgorod wurde er in die Deutsche Demokratische Republik entlassen. Die deutsche Volkspolizei stellte ihn 1950 als Meister ein. Noch im selben Jahr wurde er zum Kommissar, Oberkommissar und Volkspolizeirat befördert. 1959 kam er als Major zur Kasernierten Volkspolizei. Dort diente er als Unterabteilungsleiter, Lektorin in der politischen Hauptverwaltung der KVP. Er wurde 1962 als Direktor für Gesellschaftswissenschaften zur Militärmedizinischen Sektion an der Universität Greifswald versetzt und 1964 mit der Wahrnehmung einer Dozentur beauftragt. Die Karl-Marx-Universität Leipzig promovierte ihn 1966 zum Doktor. Will 1975 aus dem Dienst der Nationalen Volksarmee entlassen, wurde er ziviler Leiter des Lehrstuhls für Geschichte der Medizin und Militärmedizin. Der Minister für das Hochschulwesen der DDR ernannte ihn 1982 zum AO-Professor für dieses Fach. 1986 erfolgte die Promotion B. Zur Zeit der Wende und friedlichen Revolution in der DDR wurde er aus dem Hochschuldienst entlassen. Drei Tage vor der deutschen Wiedervereinigung legte er sein druckfertiges Buch über die Entwicklung des Militärsanitätswesens vor. Es wurde erst 1997 bei der Bundeswehr veröffentlicht. Kölnsee ist seit 2008 Witwer und lebt in einem alten Heim bei Düsseldorf. Werke, der Partisanenkampf in der Sowjetunion Über Charakter, Inhalt und Formen des Partisanenkampfes in der Judi SSR 1941-1944 Deutscher Militärverlag Berlin 1963 Aus dem Leben und Schaffen Maxim Zetkins Maxim Zetkin Kommunist und Arzt, Chirurg in Krieg und Frieden, Gesundheitspolitiker und Wissenschaftler des revolutionären Vorbildes der Angehörigen der Militärmedizinischen Sektion Maxim Zetkin Greifswald 1988 Zeittafel zur Militärgeschichte der Deutschen Demokratischen Republik 1949-1988 Daten aus der Geschichte des Militärsanitätswesens der DDR 1949-1990 unter dem Zeichen des Eskulab Eine Einführung in die Geschichte des Militärsanitätswesens von den frühesten Anfängen bis zum Ende des Ersten Weltkrieges Beta Verlag Bonn 1997 Mit Rüdiger Döhler, Preußens Sanitätsdienst in den Einigungskriegen Wer medizinische Monatsschrift